Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Fortnite. Heute gehen wir auf die Herausforderung an, und zwar besuche verschiedene Steinköpfe und ich gehe mal in die Runde und zeige euch, wie ihr das am schnellsten machen könnt. Wir sehen uns gleich. So, und der erste, der ist hier hinter den Bäumen. Das ist der erste. Da gehen wir kurz mal hin. Ich habe jetzt schon den zweiten. Dann holen wir uns ein paar Waffen hier mit. So, und wir sehen uns gleich bei dem nächsten. So, und der nächste, der ist hier bei Whisky Wheels. So, dann fliegen wir halt zu dem nächsten. So, und der nächste, der ist hier. Also, er war hier. Hier bei, hier bei, das ist die Diveau. Dann haben sie aber abgebar. Der ist, jedenfalls hier. Und, ja, wir sehen uns gleich, wenn der nächste, wo ich bei dem nächsten bin. So, und der nächste ist hier bei, äh, G-Landing. Und, ja, das war's. Wir sehen uns gleich wieder. So, und der nächste ist hier. So, und der nächste, der ist hier bei Retail Row. Und, ja, da ist hier bei Retail Row und Lucky Lonely Lodge. Und er den dann hat. so und der nächste der befindet sich hier und zwar hier bei grisiko und hier ist der nächste oder mal mit habt ihr dann alle herausforderung fertig fertig so bitte sehr und viel spaß